2 die Bürger schulden nicht richtig ich hasse es da hat er ein 9 war er erntet ist Backe hier braucht immer alles nur diese Flachwitzungen ja man es ist doch ein Witzeser geht das nicht als Hartge sterben wer von der Händler hat also Kinderbauarbeiten sind sehr tödlich wir wollen sein Helms ist vielleicht mit einem gespalten Arnestin im Arnestin 300 machen definitiv noch mit Titi nur was er die die ist nur was gibt es nicht die die Titi ja was soll das haben wir uns im Unterricht und bist du bei Titi ist ich bin Oti ein Aude Titi sie und den Begriff kann ich ertrinken wenn wir jetzt nicht aus ich bin sehr also Titi muss es überkennen doch kennst du mein Herz nicht doch nein Tampon Tobi Oma ich habe es aber auch so gut gewesen und hättest du es gewusst das hat die typische Gemeinschaftskunde noch ne wen habt ihr denn in der Gemeinschaftskunde? den Doktor den Doktor? ja ja Alfred ich glaube Simon sie Alakon was das für ne Musik das ist die Musik von Arno 15 Rohr ich habe ein Stock zu viel den wir jetzt weg zu machen hast du einen Stock in der Hose? am Arsch äh immer Arsch ich habe schon wieder den Stock eingesammelt hier kotzt den Stock des Herrschers nein komm schon Jules Dahl meine Rüstung wird sterben aber ich nicht wenn deine Rüstung gestorben ist also wenn ich keine Rüstung hätte dann wäre ich bestimmt schon tot darum leuchtet was und dass ich ich habe so eine Leuchtung gekostet noch nie so eine große ja gegenseitig halt ich mache nichts anderes Schönes Leute was leuchtet da oben das war aber aber mit nach einem Berg ist das möglich nein es ist saurern jetzt kommen wir wieder tun so ähm ich werde jetzt zu sauren gehen okay ich habe ein Grupp von mir ne und übernimmt ein ersteres Leuchtung älter älter warum hängt es so halleluja da bin ich nicht hin doch willst du das krieg ich da rein springen ähm ein tot ja ein neues Grab von mir gesponsert Alter diese Wüste diese Seite sieht aber auch cool aus so irgendwo müssen wir dann diese Messerküsten sein oder oder weil wir ja in der neue Person spielen es ist eine Kugel diese ganze Diurid und Grafit oder Granit oder was weiß ich und an der Sieg kommen auch alles noch nur was ist das ja hallo wir haben die Welt vor 1.8 gemacht ja ja aber irgendwann Prozent kommen wir mal neue Kampel und vielleicht werden wir oder mit dem oder die Messerküste sein ist mir die Haaren ich war auch die ja ein Schlossaußnahmen war wenn die die Welt war es nicht aber es ist nicht immer geschützt naja aber ein hallo hallo auch alter so schlimm war es noch nie im King auf ihn dann müssen wir soll er leckte also ziemlich alles bei mir ich bin und er ist aus fünf Meter Höhe und fünf Minuten später geht es dann so den Faden falsch an ja weil ich baue hier auch schon Prozent Prozent zehn Sekunden später komm mal der Ton davon Läger 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 das Läger 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 ich habe die Eurie und Granit und Bauer auf und oder gerettet nein graus soll ich auch noch die Eurie aber ich glaube ich besser erst mal die Lava ich habe ich glaube wir müssen wirklich gleich mal einen kleinen Cut machen habe ich so das Gefühl soll ich jetzt hier das Diorit und so mitbringen ja natürlich das ist unser erstes Diorit und Gedöns ach ja der erste Teil ist schon mal fertig außer dass sie das ist der anderen Ausgang und ich habe die neue Staffel er geht gar nicht je kann es nicht die Blöcke nicht abbauen ja hier die Eurie ich kann hier Na, Alter, was soll der Scheiß? Boah, das ist mal super heftig hier. Oh. So, ich glaube, wir machen einen Cut, weil das ist echt nicht zum Aushalten. Was ist das denn überhaupt? kein Name achte sein die Gäste unten als habe ich die Leute mehr wir machen jetzt in Katja also bis gleich und ist der ist der Anstieg auf die und so kennt man ja ja tschüss die Euro ihr zeigt an die Kassel hallo und herzlich willkommen zuletzt der Minecraft ja einen kleinen Backen Leck oder alles mögliche gehabt und jetzt haben wir ein bisschen Gravel ähnliche Diorit und Granit und die ganze Kacke jetzt ist der ganze Kabel hier eingestürzt aber er hat mich nicht ja um es leckte man auch nicht mehr so hart schlägt die Nürnberg es leckt mich nicht aus wir brauchen Stein der Scheinzene Ruhl und Stein bei hallo wie auch so näher jungen nach du hast ein Steinbruch aber ich muss den Haus bauen wo kann man auch 6 Kohle reicht nicht noch 8 reicht ich will die Bauern die Söhne und so eine Kacke ab 23 es wird wieder so heftig zu super heftig alle gar nicht ich habe das Gefühl zwei wir die 1 2 8 nehmen letzte richtige nicht mehr ich habe mich ohne 5 ich glaube es ist doch besser wenn wir wieder auf den Punkt die im Spiel ja okay kann man machen dann machen wir mal einen kurzen Cut nach 23 Minuten wieder Moment mal nein wir haben wir vorhin mit auch noch nicht nur noch hier hochrennen dann machen wir hat dann dann verließe ich sage ich mir dann weiß ich auch nicht okay dann machen wir sind also bis gleich mit der Klinik und die Hälfte ich bin wieder in der Höhle scheiße ich habe meine Diamanten ich habe alles weg dafür auch hoffen wollen mein Bogen Verzauberter ich habe er ist die Begrüßung hat er ist hier ist er ganz egal ist soll und er ist es wie das heißt er hat sich zum Beispiel nach einem ich habe mein Buch mein Bogen Level 30 Verzaubern mit Unendlichkeit wir sind hoch solche Leben hat kein Sinn mehr nein zu lassen er ist aber heute ist von einem Friedhof und ich Nö der Platz auf dem Friedhof reichlich das ist auch ein bisschen sonst gerne aber wenn der Fall in die Kruse durch auch alles mehr und ein Lagerhaus ich bin auch wieder auf 1.8 zu den Spiel nicht aufgrund der Falle besorgen in einer Wende wertvoll als alle von als alles der Wolle Joachim ich habe gar nichts mehr Lolo 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 Lelli weer zu spielen der Blarschbosal ich nicht nach dann alles nicht ewig holzige Allgemeine aber den brechen sich alle sieben Diamanten das Telefon klingelt ja machen wir mal ich mach mal ne ja wer hat gestört ein Mensch nein doch 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 Untertitelung des ZDF, 2020